Hallo zusammen, Aizocca hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Kaliwix von Mine anzunehmen bei Slinky Scharfklinge auf den verlorenen Inseln an dieser Stelle. West wird hier angezeigt, ich weiß nicht wieso, hier bin ich, wenn es kein Bug gibt. Fortwest war aufsitzen. Und nun dürfen wir hier hineinlaufen, wie es aussieht. Kaliwix von Mine entdeckt. Auf der Map ist das Fragezeichen ziemlich komisch platziert, aber ich glaube wir müssen weiter hineinlaufen. Schaut mal, hier müssen wir scharf rechts abbiegen, wie es aussieht. Und dann, sobald man unten angekommen ist, nochmal scharf rechts. Und dann geht es hier entlang. Gibt es hier eine Map, es gibt von dieser Mine wieder keine Map, wie ich sowas mag. Und schaut mal, hier müssen wir hin. Quest ist abzugeben bei Assistentin Kaliwix von Mine auf den verlorenen Inseln, an dieser Stelle in der Mine, ich hoffe ihr habt meinen Weg verfolgt. Und natürlich hoffe ich, dass euch mein Video geholfen hat, falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen, einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnier-Knopf ein und in den Kommentaren gibt es den Link zu meinem Twitch-Kanal, könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg, ciao!